Im heutigen Video schauen wir uns mal die 5 verrücktesten Achterbahnen an. Schaut aber auf jeden Fall ganz bis zum Ende, denn es ist etwas extrem Verrücktes mit einem Mädchen passiert. Das müsst ihr auf jeden Fall sehen, aber jetzt in unserem ersten Clip haben wir schon mal dieses Mädchen hier, das auf einer Schleuderfahrt ist. Und ich schätze, sie wusste nicht, wie schnell sie tatsächlich ist. Denn sie macht aus Versehen etwas super Unerwartetes. Ihr müsst einfach bis zum Ende schauen. Like und abonniere oder diese Spinne wird heute Nacht in eurem Bett erscheinen. Die Schleuderfahrt ist so großartig, aber jetzt sehen Sie, was passiert mit der Mädchen auf der Seite. Ahhhh! Ahhhhh! Ahhhhh Ahhhhhhhhh! Ahhhhh! Ahhhhhhh! Ahhhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhhh! 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 Ahhhh! ��истente WPan kami im violationILY Gila unboxing AhX oben Ah Ha english In diesem Clip haben wir tatsächlich ein verrücktes Drama während einer Achterbahnfahrt. Denn ein Typ macht mit seiner Freundin während der Achterbahnfahrt einfach mal Schluss. Ich vermute, das Mädchen hat den Typen unter Druck gesetzt, mit in die Achterbahn zu gehen. Obwohl er gar nicht wollte und als die Achterbahn so richtig schnell wird, schreit er sie einfach an, dass er mit ihr Schluss macht. Und es wird für den Rest der Fahrt super peinlich. Und ihr müsst auf jeden Fall sehen, was das Mädchen am Ende der Fahrt tut. Er ist gerade so verängstigt und ist kurz davor, mit ihr Schluss zu machen. Schau jetzt weiter! Also, wie ihr gerade gesehen habt, hat er einfach mit ihr während der Fahrt Schluss gemacht. Leute, was für eine komische Art, mit jemandem Schluss zu machen. Aber schaut jetzt auf jeden Fall noch mal weiter zu, denn ihre Reaktion am Ende ist echt verrückt. Das ist einfach herzzerreißend für das arme Mädchen und die Fahrt endet damit, dass das Mädchen am Ende sogar weint. Aber schau weiter! Stop! 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 We're not good! We're not good! Auf Nummer 2 ist ein sehr beängstigender Moment. Als dieses kleine Kind auf eine Schleuderbahn steigt, sieht das echt komisch aus, denn ich glaube nicht, dass das Kind groß genug ist. Denn wie ihr sehen werdet, ist eine Menge Platz zwischen ihm und dem Sicherheitsbügel. Und sobald das Fahrgeschäft in die Höhe schießt, könnt ihr sehen, wie die Kinder ein wenig abrutschen. Und am Ende wird es sogar noch schlimmer und das ist echt verrückt, also schau es dir mal an. Jetzt kommt der Teil, wo die Sicherheitsgurte ein wenig gelockert sind und man kann sehen, wie das Kind langsam aus dem Sitz rutscht. Seine Mutter versucht es irgendwie noch am Platz zu halten und das Kind flippt natürlich total aus. Schau weiter zu. Ihr könnt hier sehen, wie viel Abstand zwischen dem Kind und dem Sicherheitsbügel ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht genug, denn das Kind ist einfach viel zu klein. Auf Nummer 1 haben wir den absolut verrücktesten Clip von allen Leute. Ich kann wirklich nicht glauben, dass das passiert ist, aber dieses eine Mädchen geht auf eine verrückte Fahrt. Das ist eine Art Fahrgeschäft, das einen auf- und abhüpfen lässt. Und es gibt keinen Sicherheitsgurt. Wie verrückt ist das denn? Aber ein Mädchen trug definitiv keine angemessene Kleidung für diese Fahrt. Und es endete einfach so falsch. Ihr dürft das auf jeden Fall nicht nachmachen. Also Leute, der Freund versucht dem Mädchen zu helfen. Aber es klappt einfach nicht. Und es wird sogar noch schlimmer. Okay, hier ist der Teil, wo es ein bisschen zu verrückt wird. Und ich muss es hier ein bisschen rausschneiden, aber ich denke, ihr wisst vielleicht, was es ist. Aber um ehrlich zu sein, habe ich echt keine Ahnung, warum jemand die Fahrt nicht gestoppt hat. Denn ganz am Ende wird es noch viel schlimmer. Schaut euch jetzt noch dieses Video an, wo ein Junge mit einer verbotenen Achterbahn gefahren ist.